Hallo, mein Name ist Amanda und ich lebe in Nicole de los Vinos, aber mein Haus liegt am Stadtrand. Ich lebe in meiner Wohnung, weil es sehr gemütlich ist. Es ist nicht besonders groß oder besonders schön, aber ich mag es. Mein Haus hat nur einen Stock, aber es hat auch zwei Zimmer, eine Küche, ein Badezimmer und das Wohnzimmer. Mein Lieblingszimmer ist mein Schlafzimmer. Es ist klein, aber hat alles, was ich brauche. Zum Beispiel Bücher, Musikinstrumente, ein Tisch, drei Wetten und die Wände sind weiß und voller Fotos. Mein Zimmer ist perfekt für mich, weil es praktisch schön und warm ist. Ich mag auch das Wohnzimmer, weil es ein großes Kamin hat. Deshalb ist es dort wärmer als in meinem Zimmer. An diesem Grund lese ich dort meine Bücher oder rege Musik. In meiner Wohnung leben auch meine Eltern und manchmal meine Schwester. Meine Mutter hat ein kleines Arbeitszimmer mit einem Arbeitssitz und einem Computer. Und meine Schwester schläft in meinem Zimmer. Das Schlafzimmer für meine Eltern ist kleiner als mein Zimmer. Aber sie haben ein großes Bett und viele Spiegel. Wir haben auch einen Garten mit vielen Bäumen und Blumen. Aber wenig Nachbarschaft und das gefällt uns. Wir wollen Ruhe und Stil. Mein Haus ist weit von der Bibliothek, von der Schule, von den Geschäften. Aber wir haben ein Garage mit zwei Autos und einem Balkon. Dort können wir den Strand und auch den Wald und den Teide sehen. Deshalb können wir jeden Tag eine wunderschöne Landschaft genießen und wir lieben das. Und das ist alles. Meine Wohnung ist fantastisch, oder? Ja! Ja! Vielen Dank.